Walter-Russell-Podcast mit Dagmar Neubrunner, Geheimnis des Lichtes, Kapitel 1, 2. Abschnitt Die innere Stimme Auf die große, unbeantwortete Frage der Menschheit gibt es eine einfache Antwort. Die leise Stimme im Innern eines jeden Menschen flüstert ihm diese Antwort unablässig in sein erwachendes Bewusstsein. Jede Sehnsucht, die im Herzen des Menschen geschrieben steht, wird zur Quelle getragen. Und die Antwort kommt immer, aber nur wenige Fragen gründlich und kaum jemand lauscht auf die Antwort. Es bedarf vieler Zeitalter der Vorbereitung, um diese Stimme hören zu lernen, denn das Bewusstsein des Menschen ist durch die Wahrnehmungen seines elektrisch gesteuerten Körpers, den er fälschlicherweise für seinen Geist und sein persönliches Selbst hält, von seiner Quelle getrennt. Was er als seinen objektiven menschlichen Geist bezeichnet, ist nichts weiter als der Sitz der elektrischen Empfindungen seines Körpers. Was er für Denken hält, ist nur eine elektrische Wahrnehmung von Dingen, die gespürt und für eine neuerliche Nutzung als sogenannte Erinnerung in den Gehirnzellen gespeichert wird. Mit dem Wissen des universalen Geistes, welcher dem Menschen innewohnt, haben Erinnerungen nicht mehr zu tun als eine Schallplatte mit der Quelle ihrer Aufnahme. Was der Mensch für seinen lebendigen Körper hält, ist nur eine elektrisch gesteuerte Maschine. Sie täuscht Leben vor durch Bewegung, die er vom Seelen selbst in ihrem Innersten zuteil wird. Dieses allein lebt und nach seinem Willen bewegt sich der Körper. Was der Mensch seinen subjektiven Geist nennt, ist sein Bewusstsein, sein geistiger Speicher von Allwissenheit, Allmacht und Allgegenwart. Dieses Bewusstsein ist sein Selbst, sein ewiges Selbst, durch welches sich seine Allwissenheit, Allgegenwart und Allmacht in dem Maße ausdrücken, wie ihm deren Vorhandensein in sich allmählich bewusst wird. Die elektrisch schwingenden Nervenbahnen, die seine Körperfunktionen steuern, arbeiten fast ausschließlich mit automatischen Reflexen und instinktiven Reaktionen und nur in sehr kleinem Umfang aufgrund mentaler Entscheidungen. Jede Zelle und jedes Organ des menschlichen Körpers nimmt die eigene Bestimmung auf elektrischem Wege wahr und erfüllt sie ohne jedes mentale Zutun von Seiten der Intelligenz, die diesen Körper bewohnt. Der Herzschlag zum Beispiel läuft rein automatisch ab. Die weißen Blutkörperchen eilen genauso automatisch zur Heilung einer Verletzung, wie eine Klingel ertönt, wenn man auf den Knopf drückt. Der Mensch glaubt, dass er in diesem Körper und seinem elektrisch aufzeichnenden Gehirn denkt und lebt, liebt und stirbt. Er hält sich für bewusst, wenn er wach ist, und für bewusstlos, wenn er schläft. Dabei ist ihm nicht klar, dass es in der gesamten Natur einen Zustand wie Bewusstlosigkeit gar nicht gibt, auch wenn die Wahrnehmung im Schlaf zum Erliegen kommt. Der Mensch sagt auch nicht, sein Zahn sei bewusstlos, wenn dieser durch Kurzschließen des elektrischen Stroms in der Nervenbahn, die in diesem Zahn wahrnehmbare elektrische Empfindung ermöglicht, betäubt wird. Wir wissen, dass Zähne nicht bewusst sein können, aber uns ist nicht klar, dass unser gesamter Körper nicht bewusst sein kann. Auch weiß der Mensch nicht, dass sein Bewusstsein niemals schläft und sich nie verändert, weil die Unsterblichkeit des Menschen in seinem Bewusstsein liegt. Dieses Bewusstsein ist das Licht, das er unwissentlich sucht und dabei die Wahrnehmungen seines Gehirns für sein Denken hält. Soweit für heute, dieser Text. Ich finde den so intensiv und so lapidar und inhaltsreich, weil ich eben inzwischen weiß, und ich hoffe, du wirst es dann auch merken, im Weiterfortschreiten in diesem Buch, wie viel hinter all diesen Aussagen steckt und dass das nicht einfach nur so dahingesagte Behauptung ist, sondern dass das unglaublich tiefe Aussagen sind. Worauf ich jetzt hier nur ganz kurz nochmal hinweisen möchte, ist, dass in meinen Augen gerade jetzt in unserer Zeit, die ja schon fast 100 Jahre nach dem ersten Erscheinen dieses Buches ist, dieser Vorgang, mit dem sehr viele Menschen heute beschäftigt sind, nämlich sich mehr des eigenen umfassenden ewigen Selbstes bewusst zu werden. Heute spricht man dann meistens vom höheren Selbst. und dass wir uns klar werden müssen, um unsere Aufgabe hier erfüllen zu können, unsere selbstgewählte, dass wir eben nicht nur unser Körper sind, sondern dass wir viel mehr sind und dass wir in diesem Körper sozusagen, dass wir ihn bewohnen und dass wir ihn nutzen, dass er uns dient, aber dass unser Bewusstsein eigentlich ganz woanders herkommt und dass ohne unser Bewusstsein wir nicht mal den kleinen Finger krümmen können. Also unser Körper kann eben ohne unser Bewusstsein ganz wenig tun und gleichzeitig ist unser Körper ein wunderbarer, sehr weitgehend automatisch gesteuerter Automatismus und Apparat, sodass wir nicht den ganzen Tag damit beschäftigt sind, zu verdauen und unseren Herz schlagen zu lassen und all das. Das ist alles automatisiert mit Makros sozusagen, mit lauter kleinen Unterprogrammen, wenn man es jetzt technisch ausdrücken wollte. Und das Wichtige ist nur, dass wir diesen Körper nutzen, uns aber nicht mit ihm gleichsetzen und uns mit ihm identifizieren. Und ich finde diesen Vergleich, um das deutlich zu machen, sehr gut gewählt, dass wir immer denken, wenn wir schlafen, dann sind wir nicht bewusst. Ich finde, das konnte man bei dem Film Avatar ganz gut sehen, also bei dem ersten Film, dass das Bewusstsein wechselte da ja zwischen zwei Körpern und immer wenn derjenige dieses Bewusstsein in dem einen Körper einschlief, dann wachte er in dem anderen Körper auf, in diesem Fall jetzt. Und da wir ja hier nur einen Körper bewohnen, ist es eben so, in dem Moment, wo unser Körper einschläft, sind wir als Wesenheit genauso wach wie vorher. Wir sind dann nur eben, machen dann andere Dinge, die nichts mit unserem Körper zu tun haben. Ja, soweit für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.